Hallo zu Civilization VI Reisenfall und eine neue Twinmotion entsteht und hier haben wir ein paar neue Quests. Das sind drei Handelsrouten einzurichten, aber wir haben ja keine Handelsmänner frei. So, wir haben jetzt ein Problem, dass wir kaum noch expandieren können. Ach ja, wo ist denn unser Militär? Nicht mehr vorhanden. Einfach weiter. Wir werden ja überhaupt keine Truppe mehr zur Verfügung. Was habe ich da gemacht? Nun gut, müssen wir aber warten. Dann... ... ... ... ... ... ... mehr annehmlichkeiten kaufeln wir mal in frankfurt mal kurz so ein speer so ok das spiel pampel piene Oh. Die Niederlande hat Protestantismus entdeckt. Heftig. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen abgehängt. Und so. Da ist ja was fertig gebaut. Da ist was fertig gebaut. Da dauert es noch ein bisschen. Da oben auch. Also eine neue Stadt werden wir jetzt nicht bauen, denke ich. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. Okay. So. Neue Falschung. Steine. Und so. Bombe, Mama. Ich fühle mich hier ein bisschen abgehängt. Und so. Okay. Um den, wo der sich schon gekommen hat. Darf ich vorschlagen, eine Regierungsgebäude zu errichten, um unsere aktuelle Regierung zu stärken und ihr ein Denkmal zu setzen? Ja. Oh. Hab ich doch schon. Komm, Händler. 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 So wirklich, Donne, fühlt sich das gerade nicht an, was hier passiert. So wirklich, Donne, fühlt sich das gerade nicht an, was hier passiert. So wirklich, Donne, fühlt sich das gerade nicht an, was hier passiert. So wirklich, Donne, fühlt sich das gerade nicht an, was hier passiert. Hmm. 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 So. So. Nowhere stings. So. 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 Der Gouverneur ist etabliert, schönvoll. Oh, äh. Verpissen wir uns mal da, ganz schnell. Oh, die Mystic ist bald fertig. Ah, da haben wir den Campus fertig. Peinige Städte. Hey, Nierstädte. Komm, Sperrkämpfer brauchen mal was hier offensiv. So kann es ja nicht weitergehen. Okay. Okay. Hey, du bist, ich bekomme eine Armee. Monument oder Kornspeicher oder Galliere. Kornspeicher erst mal. Die Stadt muss ja ein bisschen was zu futtern haben. Mein Oberhaupt, wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Wir können den Gesandten benutzen, um die Gunst eines Stadtstaats zu gewinnen. Sich mit einem benachbarten Stadtstaat anzufreunden, kann unserer Zivilisation große Vorteile bringen. Ich sage gern, dass ich militanten Mystizismus betreibe. Ich bin mir mancher Dinge absolut sicher, über die ich nichts genaues weiß. So. 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 ne muss ich warten mit dem gesamten senden spiel unterholung spiel unterholung waltzki so geht das mit den gesamten senden so 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 So, nächste Runde So, ein Handwerk gefangen, das ist fein Den Handwerker werden wir dann mal Hab ich den Depp noch bekommen? So, ob ich irgendwann mal Strepp mit Japan bekomme? So, ein Handwerk gefangen So, ein Handwerk gefangen So, ein Handwerk gefangen Ein japanischer Handwerker Ui Ach, du runter waren die So, mit diesem Erfolg über Tokio Sag ich dann mal Tschüss bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss